Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Ja, heute ist es nicht ein Türchen, sondern ich zeige euch heute, wie dieser schöne Adventskalender eigentlich funktioniert. Ja, und hier seht ihr schon links, das ist eigentlich der ganze Adventskalender. Hier, so ich glaube, viele haben schon von euch vermutet, wie es funktioniert. Hier, ähm, wa, nichts zu schreiben. Äh, ja, mit Command-Blöcken eben, ja, und dem Set-Block-Befehl. Und ich erkläre das kurz an dem Beispiel davor, ne, kurz. So, hier haben wir einmal das, und wenn wir das hier machen, da sind noch keine Commands drin, das zeige ich euch gleich. Oh, meine Güte, ich will da nichts reinschreiben. So, ähm, ist es an, und dadurch wird dann hier eben alles gepowert, und dann zuerst geht der hier, dann der da, dann der da, und dann der da. Und das geht dann so im Kreis, also zuerst der, 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 und dann der. Ja, und das war es eigentlich schon, nur das Problem ist, ähm, man kann es sozusagen nur, wenn man es ausschaltet, geht es nicht aus. Jetzt zeige ich euch gerade mal. So, ich mache es wieder aus, es bleibt an. Ähm, und es liegt einfach daran, dass dieser Block, es, also, es wird ja hier gepowert, geht hier runter. Ähm, also, der powert sozusagen den, und deswegen ist so ein unendlich Kreis eben, der geht so, also es geht dann immer so im Kreis. Und deswegen, ja, ähm, also man könnte es fixen, indem man es so macht, glaube ich. Ja, so wird es funktionieren, ja. Aber ich habe es einfach wegen, ähm, dem, äh, eben, weil ich nicht wusste, wie viel Platz ich jetzt hier überall habe und so, habe ich das jetzt nicht riskiert. Und habe es eben so gemacht, ja. Ja, und, ähm, ich musste das auch, äh, immer so nach hinten bauen, weil es sonst keinen Platz gegeben hätte, ja. Und so ging einfach immer die Struktur weiter und jetzt zeige ich euch gerade mal, wie man das alles einsetzen muss. Also, wenn ihr als erstes den Block hier vorne haben wollt, den hier, steht da vorne, hier, den da, drückt ihr einfach F3 und dann seht ihr, ähm, ganz unten steht Looking At und dann stehen da die Koordinaten dran. Ja, und die müssen wir eintragen, also 28570. Also, dann, slash, set, block, 28570, weil da weiß ich gerade nicht mehr. 4, 5, 4, 5, 2, ja. 4, 5, 2. Und dann einfach R. Und das heißt eben, dass er, dass, sobald dieser aktiviert wird, wird dieser Block hier durch Luft ersetzt und deswegen verschwindet er auch, ja. Dann, kommen wir zum zweiten, was eigentlich einfach ist. Es bleibt alles gleich, bis auf, ähm, die ganz rechte Zahl, die verändert sich nur. Also, können wir sozusagen, den Command hier gerade mal alles markieren. Störung, Copy. Störung, V. Oh, und hier, eins eintragen. Fertig. So, dann hätten wir schon den zweiten. Hier und hier. Dann geht's eins runter. Dann achtet mal auf die zweite Zahl. Die verändert sich so. So, also müssen, können wir alles gleich lassen, bis auf die 70, die müssen wir eben unendern. Dann gehen wir noch rüber. Tun das einfügen. Tun hier eine 1 einfügen. Ah. Ja, doch, mal richtig. Und hier müssen wir eine 69 eintragen. Gerade läuft sich so richtig, so. Und jetzt kommen wir zum letzten Block. Da. So, so, so. Und jetzt verändert sich eigentlich nur noch die hintere Zahl. Ja. Also, 52. Dann können wir das auch gleich testen. Dann muss hier die 69 hin. So. Und jetzt tun wir, kann man die Koordinaten wegmachen? Nein! Woll ich nicht. So, und jetzt drücken wir mal. Ah, habt ihr gesehen? Da habe ich nämlich hier den Delay vergessen eben. Warte, dann. Muss ich gerade nochmal machen. Ha. Aber weißt du was? Ich mache das jetzt einfach mal so. Nur aus rein technischen Gründen. So. Hä? Okay. Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Na. Ah ja, stimmt. Tut mir leid. Der hier muss auf drei Ticks. Müsste der sein. Jetzt probieren wir uns gerade nochmal. Aus. Perfekt. Ja. Das war es auch eigentlich schon. Dann können wir es wieder ausschalten. Ja. Und das ist eigentlich alles sozusagen. Das müsste eigentlich alles nur machen, um so was Großes zu machen. Und es dauert eigentlich nicht lange, weil man immer, äh, immer alles rauskopieren kann. Und sozusagen. Und wenn man die erste, also nach der ersten oberen Reihe habe ich das System verstanden. Und dann musste ich eigentlich gar nicht mehr, äh, nachschauen und so. Weil hier, ähm, hier ist ja zum Beispiel 314 drinne und hier 309. Und das sind einfach vier Blöcke Unterschied. Und beim nächsten im Vorderen können wir gerade gucken. 309 minus vier sind fünf. Ja. Äh, und wenn man das mal dann verstanden hat, kann man das, muss man gar nicht mehr vorne nachgucken, sondern man kann das einfach so eintragen. Ja. Und das war es dann von dieser Folge. Ja. Dann hoffe ich, ähm, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss.